So, willkommen gleich zu den Mannschaftsaufstellungen unserer Gäste, Mannschaftsführer von unserem Gegner E.V. Straßwald, Mr. Werner Baumgartner. Der erste Hartz-Saison hier, der erste Stockschütze, ist der Reinhard Gritzinger. Mit von der Partie auch der Anton Gluckstein. Der Josef Freinberger und der Harald Femmer. Und unsere Mannschaft spielt in folgenden Formation Mannschaftsführer der Martin Schwarzl. Unserem Horat der Patrick Mandl. Und der zweite Stockschütze, der Michael Wöhlerhofer. Dann ist noch der Bein, der Kattenschwarzl. Und einer fehlt uns noch. Da muss ich dazu sagen, er konnte heim März als Spieler des österreichischen Nationalteams bei der Eichstorpe in Deutschland mit dem Europameister, dem Mannschaftsspiel feiern. Wir gratulieren uns am Stefan Schwarzl. Applaus Applaus Spitzschon! 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 Vielen Dank. Schmerz! Aufpassen, du wachst an den Hosen, aber komm. Okay. Schau, was ist der? Schau, 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 schau hin. Schau, 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 sch Das ist ein Kugelschrauber! Sie haben einen Kugel vom Kugel gebraucht, aber hier ist es oben teilt! Na schauschen! Warren, der Mann nimmst eine Hand! Meine Mutter! Ich bin Mann! ARD Text im Auftrag von Funk Vielen Dank. 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 Thank you. Aufpassen. Vielen Dank. No. 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 Vielen Dank. 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 Ja. ... 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